Prof. Dr. Thorsten Obhus war in den Anfängen der Atosekundenphysik Teil des ursprünglichen Teams, das die ersten bahnbrechenden Experimente durchführte, die in diesem Jahr zu einem Physik-Nobelpreis geführt haben. Der 47-jährige Leiter des Instituts für Sensor- und Aktortechnik an der Hochschule Coburg war von 2003 bis 2008 am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Reichen tätig bei Prof. Ferenc Kraus, wo er seine Dissertation zu diesem Thema verfasste und in einer gemeinsamen Arbeit mit dem Team von Anne Lellier weitere Ergebnisse an der Polytechnico Milane erarbeitet hat. Zudem war er sechs Jahre als Juniorprofessor für Atosekundenphysik an der Universität Hamburg und im Center for Free Electron Laser Science in Hamburg, bevor er 2020 eine Berufung als Professor an der Hochschule Coburg angenommen hat. Gemeinsam mit meinem Kollegen Andreas Wolf vom Projekt in PETOS spreche ich mit Prof. Opus darüber, was Atosekundenphysik eigentlich ist und wie sie uns im Alltag nutzt. Herzlich willkommen, Prof. Opus. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Sie waren quasi von Anfang an dabei bei der Entwicklung. Können Sie uns mal einfach kurz zusammenfassen, was Atosekunden eigentlich sind und worum es bei der Forschung eigentlich ging? Ja, vielen Dank, dass wir heute hier zusammensitzen. Ich erlaube mir zunächst einmal einen herzlichen Glückwunsch an die drei Nobelpreisträger, an Ferenc Kraus, Anne Lillier und Pierre Agostini zu senden. Auch von dieser Stelle noch einmal alles Gute und hoffentlich viele neue und aufschlussreiche Erkenntnisse. Zu Ihrer Frage, die Atosekundenphysik ist, glaube ich, sehr abstrakt für jemanden, der nicht in diesem Feld arbeitet. Vor allem auch, wie man so ultra kurze Laserpulse überhaupt herstellen kann. Nichtsdestotrotz ist es deshalb ein spannendes Feld, weil man sich vorstellen kann, dass die Elektronen in der Materie, also viele erinnern sich vielleicht so ein bisschen an die Schule und das Borscher Atommodell. Da ist irgendwo so eine Ladung, die um den Atomkern drum herum wabert oder sich wie so ein Planet drum herum dreht. Und die Elektronen sind eigentlich der Klebstoff für alles. Also alles, was wir im Körper haben, Stoffwechsel, Blut, also alles, was irgendwie verstoffwechselt wird, in Anführungsstrichen, hat letztendlich damit zu tun, dass solche Elektronen ausgetauscht werden, Bindungen entstehen oder Bindungen brechen. Das ist fast nicht Physik. Es geht eher mehr in Richtung Chemie. Aber da sieht man, welchen Einfluss genau diese Wissenschaft hat, wenn man sich vorstellt, wir wollen verstehen und zwar im Sinne von wir wollen uns anschauen, also wirklich bildlich anschauen, wie dies Ganze passiert. Und das passiert auf sehr kurzen Zeitskalen. Auch das kann man sich bildlich relativ einfach vorstellen. Viele der älteren Generation kennen noch das Stroposkoplicht in der Disco. Und genauso kann man sich dieses Experiment vorstellen. Man nimmt einen Lichtblitz, der super kurz ist, der also so schnell ist, dass man nicht in der Disco eine Person in ihrem Bewegungszustand kurz einfriert, sondern man macht das Ganze dann eben mit Atomen und Elektronen und schaut sich in diesem kurzen Blitzlicht an, wie diese Momentaufnahme aussieht. Und man macht das dann mit vielen Blitzlichtern, sodass man nach und nach die Gesamtbewegung wieder zusammensetzen kann. Und damit ist man auf der untersten Ebene der Physik, was es besonders spannend macht, weil man mit jedem Experiment, was man tut, eigentlich die Grundlagen der Physik testet, um mal zu schauen, stimmt das denn so alles, wie wir uns das vorstellen? Oder ist es vielleicht auch ein bisschen anders? Und genau das macht oder hat für mich zumindest zu dieser Zeit den extremen Reiz ausgemacht, auch in diesem Feld tätig zu sein und dann ja auch sehr lange tätig zu sein. Bisher war die Annahme ja auch immer, dass diese Zustände von Elektronen, die dadurch entstehen, dass Laser darauf geschossen werden, wenn ich das mal so salopp sagen darf, dass diese Dinge sofort passieren, oder? Also Sie haben ja, die Nobelpreisträger haben ja etwas anderes bewiesen. Ja, genau. Also das, was Sie formuliert haben, kennt der Physiker als den einsteinischen Fotoeffekt, einen sehr alten Effekt. Und das, was wir letztlich in den ersten Experimenten, sowohl in der Gasphase als dann auch in einem Festkörper, also fester Materie, gesehen haben, ist, dass das eben nicht instantan passiert. Wobei man sagen muss, eigentlich vielleicht doch, so wie die Relativitätstheorie, die Einstein ebenfalls formuliert hat. Denn die umliegende Materie beeinflusst das Ganze. Und dadurch kommt es ganz banal zu Verzögerungen. Man kann sich das so ein bisschen so vorstellen. Gehen Sie durch die Stadt, durch die Einkaufspassage. Wenn es leer ist, kommen Sie auf einer geraden Linie schnell geradeaus über den Marktplatz in Coburg. Wenn es eben sehr, sehr voll ist, dann schaffen Sie erstens die gerade Linie nicht mehr und zweitens grenzen Sie alle möglichen Leute an. Und genau so kann man sich das vorstellen. Das ist sehr bildlich. Das passiert natürlich auf einer ganz anderen Größenskala. Aber wenn ich sozusagen diese Ladungen behindere, sich der Bewegung, die Sie eigentlich machen wollen, auszusetzen, dann führt das zu einer zeitlichen Verzögerung. Ganz banal, wie wir das im Alltag auch kennen. Was genau haben Sie da geforscht, als Sie in Garching waren oder beziehungsweise wie haben Sie dazu beigetragen, zu dieser letztendlich ganzen Arbeit? Das ist tatsächlich recht vielfältig. Natürlich mit ganz vielen Kollegen, zu denen man auch heute noch einen guten Kontakt pflegt. Die Arbeiten sind vielleicht ein bisschen kompliziert zu erklären, aber ich will mal mit etwas anfangen, was vielleicht so ein bisschen den Weg beleuchtet, warum es mich nach Coburg getrieben hat. Wenn man das erste Experiment in so einem Bereich macht, dann ist es so, das ist ein Prototyp. Es hat das erste Mal funktioniert. Man hat das erste Mal etwas Neues gesehen. Und das ist dann eigentlich erst die Grundlage zu beginnen, das Ganze auf solide Füße zu stellen, sich neue Experimente zu überlegen. Und dann fängt in erster Linie auch ein sehr großes Feld an technologischer Entwicklung an. Und das führte für mich in dieser Gruppe dazu, dass ich die Apparaturen weitestgehend mitentwickelt habe, Doktoranden betreut habe, die dann wiederum neue Apparaturen entwickelt habe und das Erfahrungswissen weitergeben konnte schon in dieser Zeit. Und letztlich viele neue Anwendungsfälle sich dadurch eröffnet haben, dass dieser technologische Fortschritt passiert ist. Meine konkrete Doktorarbeit beleuchtet auch ein ganz interessantes Feld, wenn man sich vorstellt, auch wieder Borsches Atommodell. Wir haben in der Mitte den Kern, wir haben ein Elektron und solange nichts passiert, lernt man in der Schule, das Ganze ist im Ladungsgleichgewicht. Jetzt kann man sich ja die Frage stellen, auch das lernt man vielleicht noch in der Schule, das weiß ich gar nicht mehr so genau, wenn ich dieses Elektron wegnehme, dann wird das ein Ion. Also es ist einfach geladen, weil ihm ein Elektron fehlt. Jetzt kann man aber die Frage stellen, und das ist aus quantenmechanischer Sicht vielleicht sogar eine verbotene Frage. Wann ist eigentlich das Atom ein Ion? Also wie weit muss dieses Elektron weg sein? Und diese Frage, wie weit muss es weg sein, ist quantenmechanisch fast verboten, aber es ist sehr bildlich. Aber warum ist es verboten? Können Sie das irgendwie beschreiben? Ja, man geht ja eher von einem anderen Bild aus. Man geht davon aus, dass dieses Elektron ja gleichzeitig sich verhält wie ein Teilchen, aber auch wie eine Welle, so dass man letztlich nur statistisch sagt, es befindet sich nah am Atom oder weit weg. Und jetzt ist die Frage, welcher Teil von dieser Welle befindet sich denn überhaupt wo und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann weg ist? Sie merken, das ist nicht so superbildlich. Man kann sich das nicht gut vorstellen. Deshalb bleibe ich erstmal gerne bei diesem einfachen Modell. Ich nehme einen Partikel und entferne ihn. Dann muss man die Frage stellen, wann ist denn jetzt eigentlich das Atom der Meinung, dass das Elektron weg ist? Das ist die essentielle Frage. Wie Sie gerade mit Ihrer Frage eingeleitet haben, die Antwort ist gar nicht so einfach, weil das Bild eben nicht so ist, dass man einfach so ein Bällchen entfernt und das, was überbleibt, ist dann ein einfach geladenes Ion. Und genau das haben wir in meiner Dissertation angeschaut. Das haben dann Kollegen auch noch mal viel, viel präziser Jahre später nachgemessen. Und wir haben gesehen, dass das ja, ich will nicht sagen in Schritten passiert, aber das wird es jetzt viel zu sehr vereinfachen, aber dass man diese Antwort nicht so unmittelbar geben kann, sondern dass diese Antwort von vielen Faktoren abhängt. Letztlich ist es das Spannende, dass die Natur eigentlich immer wieder das Gleiche tut. Also wir wissen, dass irgendwann das Elektron offensichtlich weit genug weg ist, dass ein Ion entsteht. Aber man hat bislang nie so genau da reinschauen können. Ich muss ja jetzt zugeben, ich komme ja überhaupt nicht aus dem mathematischen Bereich. Also ich arbeite eher mit Buchstaben als mit Zahlen. Insofern muss ich jetzt mal, muss ich einfach mal ganz doof fragen. Also diese, es sind ja bahnbrechende Forschungen, die da passiert sind. Welchen Einfluss haben die auf unser Leben? Also wie kann man das jetzt mal runterbrechen, dass im Endeffekt Herr Schmidt und Frau Huber in Coburg das auch verstehen? Was wird das in Zukunft für einen Einfluss haben? Also Herr Kraus hat ja ein Beispiel in seiner Nobelpreisrede bzw. in dem Interview gegeben, dass es versucht wird, eine frühe Erkennung für diverse Krankheitsstadien zum Beispiel durch die Beleuchtung, ich sage jetzt einfach die Beleuchtung von Blut festzustellen. Das heißt, wenn man wirklich in den Klebstoff, also wieder auf Basis dieser Elektronenladung reinschaut, dann kann man leichte Veränderungen da sehr schnell diagnostizieren. Ob die dann in Konsequenz zu einer Krankheit führen oder bereits ein Fingerabdruck für eine Krankheit sind, das muss man natürlich erst mal wieder rausfinden. Aber die Technologie dafür ist zumindest bereit und vorhanden, dass man solche Ideen haben und auch umsetzen kann. Viel einfacher vielleicht noch und viel weiter vorne sind technologische Entwicklungen, die immer auf dem Weg von Grundlagenforschung passieren, die man aber nicht unmittelbar damit in Verbindung bringt. Diese ultrakurzen Lichtpulse zu erzeugen, die Technologie dafür zu entwickeln, auch andere Dinge zu tun, also das elektrische Feld, was zu einem solchen Lichtpuls gehört, wirklich zu kontrollieren. Das sind ebenfalls technologische Entwicklungen, die sind Mittel zum Zweck für die Experimente in der Atomsekundenphysik. Die können natürlich vielfältig woanders eingesetzt werden. Einfaches Beispiel, wirklich in der Produktion, wenn ich mit sehr, sehr kurzen Lichtpulsen bohre, schneide, ähnliches tue, dann erzeuge ich sehr, sehr scharfe Kanten. Also wenn man sich so als Heimwerker den Bohrer vorstellt, ja, ich bohre jetzt ein Loch in eine Aluminiumplatte, dann weiß jeder, naja, wenn es ein schönes Loch sein soll, nimmt man anschließend noch eine Möglichkeit, um das Ganze zu entgraten, dann ist es ein schönes Loch. Ja, und der Laserpuls vermittelt einem die Möglichkeit, über die Parameter, die er hat, darauf Einfluss zu nehmen und bereits in der ursprünglichen Fertigung scharfe Kanten zu erzeugen in der Lasermaterialbearbeitung. Und gleichzeitig braucht man sehr, sehr hohe Energien und das ist das, was man auch am Markt zurzeit in der Laserei sieht, dass die Laserquellen in ihren Energien stark ansteigen, auch durch Technologieentwicklung, die so, so wie ich das sehe oder beobachte, in den letzten fünf bis zehn Jahren nochmal einen massiven Sprung vorgenommen haben. Und das kommt natürlich der ganz klassischen Produktion zugute oder der Lithographie, also ganz vielen Bereichen von mechanischer, handwerklicher Bearbeitung bis hin zu Hochtechnologiefeldern. Und das sieht man nicht. Also das ist natürlich jetzt auch nicht alles nur auf die Atosekundenphysik ausgelegt oder als Auslöser ausgelegt, aber es sind Technologiefelder, die man adressiert, ohne dass man das bewusst tut. Ich meine, es ist ja wirklich, ich finde es super faszinierend, dass sozusagen, man kann ja sagen, ein Mitglied der Hochschule Coburg hat seine Hände mit am Friedensnobelpreis sozusagen. Das ist ja schon eine sehr außergewöhnliche Physik, genau. Ja, ja, klar. Aber es ist eine tolle Sache. Welche Auswirkungen würde das jetzt auf die Lehre haben? Also was bedeutet das jetzt für Studierende an unserer Hochschule? Also ich glaube, wenn man in die aktuellen Entwicklungen reinschaut, gerade im Bereich der Quantenphotonik, der Quantencomputer oder auch Quantenkryptographie, das sind ja so die drei Schlagworte, die man mittlerweile auch über Tagesschau, Presse und Ähnliches mitbekommen hat, dann sind das alles Felder, auf die wir sicherlich unsere Studierenden vorbereiten müssen. Irgendwann fehlt nicht nur die Fachkraft in den Berufen, die schon existieren, sondern dann fehlt auch die Fachkraft in einem neuen Technologiefeld. Und das ist ja unsere Aufgabe, unsere Studierenden genau dahin zu bringen, zumindest die Fähigkeit zu haben, auch in diesen neuen Technologiefeldern sich zu Hause zu fühlen. Und aus meiner Perspektive, da ich ja jetzt nun auch bei diesen Entwicklungen ein Stück weit dabei war, denke ich, es ist eine gute Grundlage, sehr früh in den Studiengängen genau solche Entwicklungen zu zeigen, das Interesse zu wecken und mit dem Interesse vielleicht auch den Wunsch zu wecken, in solche Technologiebereiche einzutauchen. Was jetzt nicht heißt, jeder soll eine Grundlagenforschung in Natosekundenphysik machen, nein, ganz im Gegenteil. Aber Laserentwickler, vielleicht auch Leute, die sich damit beschäftigen, wie bringt man denn überhaupt diese Quantentechnologien in die Anwendung. Das sind so die Hausaufgaben, die ich zumindest für mich als Lernender hier an der Hochschule sehe und den Spaß zu vermitteln. Also im Labor zu stehen, solche Dinge zu tun, macht auch Spaß. Das ist ja nicht so, dass man das macht, um dann irgendwann ein Ergebnis zu haben oder macht man halt was Neues. In der Praxis funktioniert das aus meiner Perspektive in solchen Hochtechnologiefeldern nicht. Da braucht man so eine intrinsische Motivation, um genau das auch selbstverantwortlich voranzutreiben. Wie ist es mit dem Equipment und allgemein der Unterstützung von der Hochschule? Finden Sie alles, was Sie brauchen oder gäbe es noch andere Dinge, die man noch zur Verbesserung nehmen könnte oder noch weitere Felder, die man bespielen könnte an der Hochschule? Also Felder, die man mit Sicherheit bespielen kann und die wir zumindest noch nicht besonders aktiv bespielen zurzeit, sind gerade die Felder, die in die Kurzpulslaserei gehen, auch ganz klassisch in die Fertigung. Man kann mit solchen Systemen auch im Mikrometerbereich fertigen und Strukturen herstellen. Gleichzeitig liefern sie sämtliche Eigenschaften, um auch in die Forschung abzudriften, in allen Bereichen. Also so eine, ich sage mal, für eine HAW-günstige Grundlage, die einem genau auch diese Breitbandigkeit erlaubt, Fragestellungen, die aus der Industrie kommen, die vielleicht sogar von kleineren KMUs kommen und an uns herangetragen werden, zu bedienen, zu erarbeiten. Und auf der anderen Seite aber auch, und das ist ja ein Auftrag auch nach dem Hochschulinnovationsgesetz, angewandte Forschung durchzuführen und mit angewandter Forschung auch Promotionen durchzuführen. Und an der Stelle, das ist ein Feld, was sicherlich stark ausbaubar ist. 2020 folgten Sie dem Ruf an die Hochschule Coburg. Was hat Sie denn hier gereizt, extra hierher zu kommen? Also ich sage ganz offen, das, was mich besonders gereizt hat, war die Kombination aus einer Forschungsprofessur und einer Fachhochschulprofessur. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mich auch beworben hätte, wenn es eine reine Lehrprofessur gewesen wäre. Das hat einen ganz pragmatischen Hintergrund, das kommt nämlich einfach aus der Arbeitsweise, die ich halt über Jahre kennengelernt habe. An der Universität ist es so, dass das Lerdebutat halt in der Größenordnung der Forschungsprofessur einer HAW liegt. Und man hat halt diese Freiheit für die Forschung immer. Man hat ein Labor, in dem man auch ein bestimmtes Thema verfolgt, mit einer gewissen Grundausstattung, die bei einem Juniorprofessor manchmal üppiger, manchmal weniger üppig ist. Und genau das als Anschluss an meine Juniorprofessurzeit zu finden, das hat mir die Hochschule Coburg durch diese Ausschreibung damals ermöglicht. Werden wir jetzt also auch Atosekundenforschung hier an der Hochschule erleben, oder ist es noch nicht so weit? Also ich sage mal so, wenn das jemand möchte, bin ich da zu allen Standarten bereit. Ja, aber nein, um ehrlich zu sein, das glaube ich nicht. Was ich schon glaube, was auch einen Mehrwert bringen kann, gerade in den physikalischen Studiengängen, wir haben ja beispielsweise jetzt als Bachelor die Zukunftstechnologien neu aufgelegt, seit ein paar Jahren, sind Technologien wie EUV-Lichterzeugung. Das ist die Lichtquelle, mit der gerade sämtliche Strukturen in unseren Smartphones hergestellt werden. Und man sucht immer wieder nach alternativen Lichtquellen. Das geht sehr gut mit Lasern, das ist die Grundlage für diese Atosekundenexperimente gewesen. Und ich denke, ich will das mal so betiteln, wie es zurzeit in den Forschungsvorhaben auch betitelt ist, sekundäre Lichtquellen zu entwickeln und zu erzeugen. Das kann natürlich ein entsprechendes Feld sein. Was viel naheliegender ist, ist alles, was in Richtung Materialwissenschaften geht. Also Analytik von Prozessen, also von Fertigungsprozessen, von Materialherstellungsprozessen, von Materialzusammensetzung. Das sind spektroskopische Aufgaben, die jetzt mit der Laserei an sich erstmal nicht viel zu tun haben. Aber die Laserkwellen liefern die ausreichenden Lichtintensitäten, um da auch höchste Auflösung zu erzeugen, so ein bisschen Mittel zum Zweck. Und ich glaube, diese Bereiche, das sind eher Bereiche, zum einen passen die gut in die Region, zum anderen passen die auch gut in die Ingenieursausbildung. Wie gesagt, ich bin zu jeder Schandart bereit, aber ich sehe jetzt persönlich nicht, dass hier irgendwann ein Atosekundenexperiment steht. Okay. Aber Sie kommen ja aus der Forschung. Wenn man jetzt mal einen Blick nach vorne wagen würde, was glauben Sie, wo geht die Reise hin? Was könnten die nächsten bahnbrechenden Erkenntnisse sein, die in der Forschung in diesem Bereich passieren? Also ich habe mal vor kurzem aufgeschnappt, dass man sagt, dass das neue Jahrhundert ist das Jahrhundert des Photons. Wenn man jetzt auch in die vergangenen Nobelpreise schaut, sieht man das durchaus bestätigt. vom Nobelpreis vom Theodor Hensch über die Entwicklung der Laserverstärkung mit Gerard Moreau und Donna Strickland. Gewinnt man den Eindruck, dass photonische Technologien wirklich so ein bisschen das Jahrhundert prägen? Ob das so bleibt, bleibt abzuwarten. Aber auch im Bereich der ganzen Quantentechnologien, Quantensensorik ist ja gerade auch mit dem AMA-Preis ausgezeichnet worden. In der Quantensensorik ist es auch so, dass die photonischen Technologien eigentlich eher die Vorreiter-Technologien sind. Auch in der Nanotechnologie geht man in eine Richtung, wo man sagt, naja, wir brauchen irgendwie den Schulterschluss zwischen ultraschneller Optik und Elektronik. Eine Möglichkeit kann die Nanotechnologie sein, die quasi durch optisch angeregte Strukturen dann eine sehr, sehr kurze oder schnelle elektronische Pulse erzeugt und von sich gibt. Deshalb glaube ich tatsächlich, dass auch für ein produzierendes Gewerbe und für eine Technologieentwicklung in den nächsten Jahren gerade diese Kombinationen, Photonik, Nanostrukturphysik, vielleicht auch Materialphysik, also Quantenmaterialien, ist ja auch in aller Munde, dass das so eine Gruppe von Feldern ist, die sich in den nächsten Jahren deutlich ausbreiten wird. Wie fühlt es sich an, an dieser Nobelpreis-Arbeit, also an dieser Nobelpreis-Forschung mitgewirkt zu haben, also Ihre Arbeit da mit drin zu sehen und zu hören, wow, da vergab es einen Nobelpreis jetzt? Das und der Moment, als Sie erfahren haben, dass es einen Nobelpreis gibt, das stimmt eine spannende Sache. Also es ist tatsächlich so, ich bin immer noch so von Herzen Physiker, das heißt an dem Morgen, als die Nobelpreisvergabe des Physik-Nobelpreises bekannt gegeben wurde, habe ich auch den Livestream verfolgt. Ich habe im Vorfeld nicht damit gerechnet, dass wieder eine Auszeichnung für die Optik passieren wird, habe dann aber den Kollegen im Komitee gesehen, der den Preis vorgestellt hat und dachte, das kann nicht sein, da muss irgendwas mit Optik wird kommen, das geht gar nicht anders. Und ja, ich glaube, die Begeisterung kann man gar nicht jetzt vor dem Mikrofon ausdrücken, als man dann gehört hat, wow, das ist genau das, was du in deiner Arbeit über Jahre gemacht hast, auch noch in der Gruppe, in der man tätig war, und mit den ganzen Kollegen, das war ein sehr spezielles Gefühl. Wenn ich mal kurz vorspringen darf, wenn man dann abends die Tagesschau guckt und plötzlich Bilder von der Apparatur sieht, die man selbst in seiner Promotion gebaut hat, das ist ganz speziell. Da denkt man, wow, also das, was du da gemacht hast, war auch nach Meinung anderer echt für was gut. Sind Sie noch in Kontakt mit den Kollegen von damals? Ja, also mit sehr, sehr vielen. Ich will jetzt nicht sagen mit fast allen, aber das ist auch so ein bisschen das Netzwerk, in dem ich mich jetzt immer noch bewege. Die sind natürlich auch in alle möglichen anderen Bereiche verstreut. Aber man pflegt den Kontakt und es war zu der Zeit auch eine echt kleine Community. Wenn man auf Konferenzen gefahren ist, wusste man sowieso, wer wieder da war. Die Abschlussfrage wäre, wie viele Atosekunden hat dieses Interview wohl gedauert? Eine ganze Menge. Wie viele Minuten haben wir? Ich weiß gar nicht. 24 Minuten. Ja, also in Atosekunden hätten wir eine Menge Zeit gehabt, über andere Themen zu sprechen. Prof. Dr. Obhus, vielen, vielen Dank. Sehr spannende Einblicke. Andreas, vielen Dank. Herzlichen Dank. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.